Über 100 Jahre Erfahrung mit Heizsystemen. Wer kann das schon von sich behaupten? Thomas Steuerer und sein 18-köpfiges Team versorgen ihr Heim mit hochwertigen Lösungen. Vom Solarpaneel bis zum Stück Holzbrenner für energiesparendes Heizen abseits fossiler Brennstoffe. Auf Wärmepumpen und Lufterdreichsysteme, Solar- und Flächenheizungen spezialisiert, hat der finnige Meister aus Wiener Neustadt stets die ideale Option für ihren individuellen Bedarf im Talon. Namhafte Paten aus der heiß umkämpften Branche vertrauen Thomas Steuerer und seinem Team, so etwa Ligno Solar Energy, Artweger, der überaus bekannte Heizungsspezialist Harreiter und Hans Grohe, seines Zeichens Installateurguru der ersten Stunde. Genießen Sie als Kunde des Biomasseverbandsmitglieds Besten Service und rund um die Uhr Versorgung. Weitere Informationen zum zertifizierten Photovoltaik- und Solarwärmeinstallateur finden Sie unter www.steurer-gmbh.at